Heute geht es um die Wissenssuche im hohen Alter. Frage, kann man noch im hohen Alter gelehrter werden? Sich mit islamischem Wissen beschäftigen? Wie wir alle wissen, gibt es dieses Sprüchwort im Deutschen, was Hänzchen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Und im Arabischen sagt man, das, was im jungen Alter auswendig gelernt wird, ist wie etwas, was in Stein gemeißelt wird. Und das, was im hohen Alter gelernt wird, ist wie etwas, was man Wasser hineinschreibt. Es geht schnell verloren, man vergisst es schnell. Und deswegen versucht man beispielsweise in islamischen Ländern, in den sogenannten Madrasa, beziehungsweise einer Madrasa, so früh wie möglich anzufangen, den Koran auswendig zu lernen. Man sieht, Kinder fangen an, mit vier Jahren schon den Koran auswendig zu lernen. Man hat dann oft Kinder, die schon mit zehn und sogar schon früher den Koran auswendig können. Dann fangen sie an, aus der Sunna vieles auswendig zu lernen, bestimmte Mutun auswendig zu lernen. Sie können auf einmal sehr, sehr viel auswendig, können diese Sachen abrufen im Kopf. Und das ist natürlich ein riesengroßer Vorteil und das ist eigentlich der normale Weg. Wenn man sich zum Beispiel große Gelehrte ansieht in der heutigen Zeit, die große Mehrheit davon hat schon im jungen Alter angefangen, sich intensiv mit der Wissenssuche zu beschäftigen. Heißt das aber, dass man im hohen Alter kein Wissen mehr erlangen kann? Erstens, was Fardul-Ain angeht, die individuellen Pflichten, so ist es selbstverständlich möglich, die auch im hohen Alter zu lernen. Und sollte jemand beispielsweise Demenz haben, dann ist er auch entschuldigt bei Allah, selbstverständlich. Aber die grundsätzlichen Pflichten der Islam ist eine einfache Religion. Und der Islam ist keine komplizierte Religion, weil einige Leute, die zur Wissenssuche motivieren, aber gleichzeitig eigentlich unbewusst demotivieren, die machen es so kompliziert, dass die Leute sagen, boah, ich bin so klein, das kann ich ja niemals schaffen. Ich habe mich beispielsweise gewundert, ich habe oft mit Studenten gesprochen, die im arabischen Ausland studieren. Und ich habe dann öfter mal gesagt, Inshallah, wirst du ein Gelehrter wie der und der. Der studiert gerade in einer Universität, oder einer Badressal, und sagt, ach, das schaffen wir uns doch niemals. Wie kommst du darauf, das niemals zu schaffen? Du bist 25 Jahre alt und sagst, das kann ich niemals schaffen, du bist doch schon hier. Wer hat dir diese Barriere in dein Gehirn reingesetzt? Leider muss man sagen, dass es manchmal sogar, weil nicht jeder Gelehrte ist ein aufrichtiger Gelehrter, das muss man dazu sagen, wird das manchmal schon so aufgebaut, sogar von solcher Art von solchen Gelehrten, um selber eine Machtposition zu haben. Denn wenn ich dem anderen einrede, er kann sowieso nichts, er kann sowieso nie meine Stufe erreichen, dann habe ich immer eine gewisse Autorität über ihm. Aber ich sage euch, lasst euch so etwas nie einreden. Warum? Weil Allah sagt, Wenn ihr Allah helft, so wird er euch helfen. Das heißt, warum soll es unmöglich sein, im hohen Alter noch viel Wissen zu bekommen? Warum soll es unmöglich sein, im hohen Alter noch ein Gelehrter zu werden? Es kommt alles auf die Hulde Allahs an und auf die eigenen Bemühungen. Du musst mehr lernen als die anderen und Allah wird dir inshallah eine Tür öffnen. Und es gibt realistische Beispiele hier. Es gibt realistische Beispiele aus, vom Gelehrten. Beispielsweise Ibn Hassan Andalusi. Es wird gesagt, er hat erst mit 28 Jahren angefangen, ein Talibul-Ulm zu werden. Ein Student der Islamwissenschaften. Er ist mit 28 und er ist der Gründer einer Rechtsschule. Er ist der Gründer einer Rechtsschule. Das muss man sich mal vorstellen. Dann sehen wir Ibn Khoseyma. Ibn Khoseyma hat mit 40 angefangen, Talibul-Ulm zu werden. Er ist einer der großen Hadith-Gelehrten. Einer der ersten, der ein Sahih-Werk, nämlich Sahih Ibn Khoseyma, geschrieben hat. Und wenn wir uns die Biografien von großen Gelehrten anschauen, dann sieht man, dass sie oft schon große Gelehrte gewesen sind, nachdem sie 20 Jahre gelernt haben. Heutzutage ist die Lebenserwartung viel größer, viel, viel größer oft als früher. Sehr häufig viel, viel größer als früher. Wo oft Gelehrte beispielsweise nur 45 Jahre alt geworden sind. Und waren aber schon vorher 20 Jahre Gelehrte. Die haben vielleicht 15 bis 20 Jahre studiert. Das heißt, du kannst das schaffen. Du kannst es wirklich schaffen, mit viel Mühe, wenn du dich heransetzt. Du bist beispielsweise 20 Jahre, 30 Jahre oder 40 Jahre. Du kannst mit 40 Jahren jetzt anfangen. Und sagen wir mal, in 20 Jahren, mit 60, wenn Allah dir die Zeit gibt. Aber vielleicht stürmst du vor, aber du hast die Absicht gehabt, für Allah ein Gelehrter zu werden. Warum nicht? Jeden Tag ein Stück vorwärts gehen. Jeden Tag. Wenn du vielleicht nicht das auswendige Lernvermögen hast, so hast du vielleicht ein besseres Verständnis, als jemand, der mit 4, 5 oder 6 anfängt, etwas auswendig zu lernen. Weil du mehr Lebenserfahrung gesammelt hast. Deswegen, meine Aufruf ist immer, sich nicht entmutigen lassen. Lasst euch nicht entmutigen. Möge Allah euch allen helfen, und selbst wenn ihr schon älter seid, auch für die Frauen. Ja, weil das ist auch so ein Ding. Da sind vielleicht Frauen, die sitzen zu Hause, ach, ich kann das nicht mehr, ich schaffe das nicht. Es gibt auch Gelehrte, die den Koran nicht auswendig konnten. Sheikh Mugbil beispielsweise, konnte den Koran nicht auswendig. Ich habe sogar gehört, dass Sheikh Al-Albani den Koran nicht auswendig konnte. Das haben mir bestimmte Schüler gesagt, die in Jordanien studiert haben. Ich weiß es nicht hundertprozentig. Aber das ist keine Bedingung, um ein Gelehrter zu sein. Ist es nicht. Es gibt, man sagt, es gab viele Sahaba, die großes Wissen haben, über den Koran nicht auswendig konnten. Das ist nicht unbedingt erforderlich. Aber man sollte wissen, was im Koran steht. Man sollte die Beweise auf jeden Fall kennen. Hiermit möchte ich nicht jemanden dazu motivieren, den Koran nicht auswendig zu lernen. Aber ich möchte diejenigen, die aufgegeben haben, Gelehrter zu werden, weil sie denken, sie können den Koran nicht auswendig lernen, weil ihnen das schwer fällt. Ich möchte die dazu motivieren, es trotzdem zu versuchen und trotzdem weiterzumachen. Möge Allah euch alle segnen. Möge Allah uns nützliches Wissen geben, unser Wissen vermehren und uns zu Gelehrten machen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.